Anfang Juni 2017 bekommen Fußballstar Cristiano Ronaldo und Model Georgina Rodriguez ihre Zwillinge Matteo und Eva. Eine Leihmutter bringt die Babys auf die Welt. Gerade mal fünf Monate nach der Geburt der beiden erblickt Kind Nummer 4 Alana Martina das Licht der Welt. Cristiano hat bereits den siebenjährigen Sohn Cristiano Junior. Sein Familienglück teilt das schöne Paar mit den Fans auf Instagram, so wie hier. Gemütlich sitzt der Vierfachpapa mit seinen schnuckligen Säuglingen auf der Couch. Sogar ein Bild aus dem Krankenhaus direkt nach der Geburt von Töchterchen Alana teilt der 32-Jährige mit seinen Anhängern. Auch dieses niedliche Bild postet Cristiano jetzt von seinen süßen Zwillingen. Zusammen planschen sie ausgelassen im Pool. Nur einer scheint den Badespaß überhaupt nicht zu genießen. Baby Matteo verzieht ängstlich das Gesicht. Obwohl Georgina ihn fest im Arm hält, scheint sich der Kleine alles andere als wohl im Kühlen nass zu fühlen. Dagegen genießt Zwillingsschwester Eva das erste Poolplanschen auf ihrem pinken Mini-Schwimmring umso mehr. Ganz entspannt klammert sie sich an ihre Schwimmhilfe und sieht dabei so goldig aus. Scheint, als würde sich schon jetzt herausstellen, wer von den beiden eine Wasserratte werden wird. Möge Bis zum nächsten Mal.